Wow, du wurdest noch nie verletzt emotional von einem Partner? Doch, auf jeden Fall. Aber wie denn? Ja, ich hatte schon mal was mit jemandem, der eine offene Beziehung war, zum Beispiel. Aber wie kann man dich emotional verletzen? Das frage ich mich auch. Ich würde dich so gerne emotional... Nee, wie kann man dich emotional verletzen? Also, wenn dir noch nicht fremdgegangen wurde, das ist für viele Leute das Schlimmste. Ich hatte schon Streitereien, wo so ein Partner zu mir gesagt hat, du bist eine Bitch oder du bist nervig oder sowas. Und das verletzt dich? Ja. Wenn jemand zu dir sagt, du bist nervig? Du bist eine nervige Bitch. Eine nervige Bitch. Oh, jetzt bin ich bewaffnet, um dich zu ernähren. Ja, aber du bedeutest mir ja nichts. Ich müsste dich lieben, damit das eben mir wehtun könnte. Okay, ja. Weißt du, was gerade in mir vorgeht? Ich denke mir, du bist eine nervige Bitch. Okay.